hallo und herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die nicht so umsonst box von prinz p alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album zur box und itunes findet wie immer unter diesem video in der video beschreibung nicht so umsonst von prinz p in einer holzbox in einer weißen holzbox wir werden das ganze mal vom plastik befreien und und uns dann im detail ansehen so messer kann weg also nichts umsonst von prinz p lesen wir hier 1979 das geburtsjahr von prinz p und hier haben wir eine goldene münze mit dem profil von prinz p brille und bart plus zurückgegelte haare sind am start hier im hintergrund das ist ja das ist petrol farben und ansonsten die box weiß aus holz was mich sehr freut oder was sehr sehr schön gemacht ist dass hier diese diese ganzen elemente also sowohl der schriftzug als auch die pünktchen an der seite und auch generell dass das profil das das alles erhaben ist also das ist wirklich spürbar und zwar ist das jetzt nicht also meines wissens nicht direkt im holz gemacht sondern dass hier dieses petrol farbene dieses quadrat ist hier aufgeklebt das ist so ein verstärktes papier so ein karton da ist das ganze angebracht ansonsten die box komplett in weiß gehalten hier haben wir noch einen barcode aufgeklebt rückseite ebenfalls glatt weiß und das ganze geht folgendermaßen auf und zwar haben wir hier diese schienen das heißt das ganze lässt sich einfach so aufschieben und jetzt schauen wir noch mal kurz ja innen seite des deckels ebenfalls glatt weiß den deckel mal kurz weg ok das hätte ich jetzt nicht erwartet also das wurde auch nicht im unboxing video von prinz p gezeigt also hier haben wir einen brief keine liebe records prinz p berlin im august 2017 ich hoffe ich kann das halbwegs vorlesen lieber freund liebe freundin in deinen händen hältst du meine arbeit der letzten zwei jahre mehr noch das zeugnis meines lebens meiner erlebnisse meiner gedanken ich danke dir von herzen dafür dass du dich damit auseinandersetzt das album ist das herzstück dieser box das zentrum die piano version soll den text noch deutlicher inszenieren indem sie ihn ruhiger untermalt er für kopfhörer das normale album gehört auf die lauteste anlage die zur hand ist die kette soll dich begleiten so wie dich hoffentlich meine musik manchmal begleitet und dir glück bringen und zwar alles glück der welt ich hoffe meine musik und das drumherum können dir etwas geben vielen dank für alles dein prinz p also das finde ich echt eine schöne sache gefällt mir gut dass das hier schon ein bisschen einen persönlichen charakter hält man ist natürlich jetzt eine kopie die wird in jeder box beiliegen aber finde ich echt schön gemacht habe ich in der form auch noch nie gehabt in einer box eine wirklich ja handschriftliche widmung sage ich mal sehr sehr schön gefällt mir gut und dann kommen wir zum eigentlichen inhalt des albums und zwar haben wir hier einmal den musik teil also die cds in so einem schuber in schuber box gehen wir mal hier zur seite dann haben wir hier das notizbuch bzw fotobuch und dann haben wir hier diese kleine schatulle kurz so auf da dürfte sich dann die kette befinden okay also in der box haben wir eben diesen karton einleger der das ganze hier so mit den jeweiligen formen beinhaltet kann man natürlich rausnehmen dann hat man hier mehr platz in der box ich lasse ihn jetzt mal drinnen für das erste und werde jetzt mal den restlichen inhalt ansehen mit euch gemeinsam so box machen wir wieder zu die pflegen wir zur seite und dann kommen wir auch schon zum hauptbestandteil der box zur musik zu den alben also wir haben hier einen pub schuber eine schuber box mit dem cover das kennen wir bereits ebenfalls wieder in diesem petrol gehalten und auch hier wieder diese 3d optik diese erhabene fläche prinz p nichts auch umsonst lesen wir hier auf allen drei seiten und auf der rückseite prinz p keine liebe berlin 2017 hier kein 3d druck also keine erhabenen flächen aber trotzdem sehr schön dann haben wir vier cds das ist einmal das album an sich prinz p nichts war umsonst hier haben wir 14 tracks an der zahl ich muss ehrlich sagen meine favoriten des albums sind einmal track nummer 3 meine welt dann der track nummer 11 haus im wald und track nummer 14 für immer und immer dieser ja auch mit video ausgekoppelt wir haben features von mark forster bosse bowser und kind also hier track 10 trümmerfeld kein musik sagt mit nichts die anderen drei sagen wir sehr wohl etwas aber kind ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen sagt mir bis dato nichts okay dann werfen wir mal einen blick hinein album cd nichts war umsonst also wir haben hier kein booklet im klassischen sinn sondern wir haben hier einen einleger doppelseitig prinz p nichts umsonst album cd weitere infos zu dieser cd im buch abseite 11 11 ok album cd sieht folgendermaßen aus nichts warum sonst das ganze in rot und weiß gehalten album cd lesen wir hier und im hintergrund dieses dunkle rot das auch schon aus dem cover zu sehen war und hier lesen wir im prinz p nichts war umsonst album dann haben wir eine zweite cd eine zweite hülle prinz p nichts umsonst hier wieder in diesem petrol und bronze das dürften dann wohl die instrumental sein jawohl hier haben wir die 14 tracks als instrumental versionen auch hier wieder ein booklet nicht vorhanden sondern ein einleger prinz p nichts war umsonst instrumental album cd lesen wir hier das ganze in blau und weiß gehalten hintergrund blau dann haben wir eine dritte cd eine dritte hülle prinz p nichts umsonst hier in gold und petrol gehalten und das ist die piano version also wir haben hier 13 tracks als piano version diese gemeinsam entstanden mit berg kann was man dazu sagen muss das sind jetzt nicht die tracks also hier fehlt hier fehlt ein track und zwar ich muss gerade selber schauen weil ich jetzt nicht auf den ersten blick gesehen habe sandstrand original meine welt hellrot nichts war umsonst alles klar nichts umsonst der track dürfte fehlen weil hier geht es dann weiter mit vielleicht also nichts umsonst ist auf dieser piano version nicht dabei und wir haben hier eben auch ähm dürften wir gewährt diverse features haben von berg kann also nicht nur die dass er das piano gespielt hat sondern auch gesungen oder mit gerappt hat wir haben hier eins zwei drei vier mal berg kann mit dabei also wohl auch textlich dabei nichts umsonst album mit berg kann piano album das ganze hier in so einem blau grün und weiß und dann haben wir noch eine letzte cd das ist etwas ganz besonderes in meinen augen denn das ist ein prinzip best of der letzten zehn jahre das ganze hier in orange gold und silber gehalten und hier haben wir zehn tracks prinzip hat gemeint dass aus jedem track seitdem er unter prinzip musik gemacht hat unter jedem also für jedes jahr einen lieblings track ausgesucht hat und diesen hier drauf gepackt wurde deswegen haben wir hier zehn tracks an der zahl also für alle die prinzip noch nicht so lange verfolgen hier ein kleiner überblick was die letzten zehn jahre so die die prägendsten oder die herausragendsten songs waren seiner meinung nach zehn jahre prinzip in gelb und schwarz gehalten sehr schön dann haben wir das buch dieses in leinen gebunden auch hier wieder diese petrol farben dieses buch gab es ja schon in der kompass ohne norden box jetzt haben wir auch noch das nichts umsonst buch 1979 prinzip nichts umsonst lesen wir hinten ansonsten das rückcover ja blank in diesem petrol farben diesem leinen einband und dann schauen wir mal kurz hinein also so sieht das ganze aus für penny meine kinder meine freunde offizielles booklet das erklärt es auch warum wir in cds in den hüllen keine booklets vorgefunden haben und hier haben wir einfach die ganzen songtexte des albums fotoaufnahmen hintergrundinfos studio making of mehr oder weniger also wirklich sehr viele infos hintergrundinfos zur entstehungsgeschichte zum beispiel prinzip mit flair jede menge bonusinhalte hier die instrumente das equipment das prinzip verwendet also ohne ende material kann man gut durchlesen und für fans sicher eine feine sache dass man hier sehr viele hintergrundinfos erhält und dann haben wir den letzten bestandteil der box das ist diese kleine schatulle dieses kleine schmuckkästchen keine liebe steht hier in weiß und das ist so eine schwarze samt oder nein samt nicht aber so eine schwarze stoff verkleidung stoff optik das kennt sicher jeder vom vom juwelier wenn man ihm etwas kauft und hier haben wir dann eine halskette inklusive anhänger wir nehmen das ganze mal heraus sonst befindet sich hier nichts darin aber auf jeden fall eine schöne hochwertige box in meinen augen und dann haben wir hier eine halskette und zwar lesen wir hier prinzip keine liebe berlin 2017 und auf der rückseite noch mal prinzip nichts war umsonst das profil von prinzip und 1979 das ganze hängt an einer ja so einen klassischen halskette hier mit einem verschluss kann man sich das ganze schön um den hals hängen und diese münze und auch die kette sind aus messing allerdings ist die münze mit echtem gold vergoldet laut prinzip und hat die größe von einer deutschen mark das hat sich prinzip deswegen ausgedacht also die münze weil er gemeint hat das ist einfach symbolisch für seine musik weil es gibt andere rapper oder andere musik die jemanden zum zum tanzen animieren oder zum ja zur bewegung und er hat gemeint seine musik geht eben nicht in die beine sondern seine musik geht eher ins herz und wenn man diese kette dann trägt dann hat man diese diese münze ungefähr so auf herzhöhe und deswegen trägt man die musik und diese kette dann an seinem herz oder in seinem herz sehr schön oder sehr gut durchdacht in meinen augen ja das war der boxinhalt wir fassen noch einmal kurz zusammen was hier alles in der box befindet wir haben einmal diesen brief diese widmung der box auf papier dann haben wir vier cds einmal das album an sich die album instrumentals die piano version des albums mit bärkern den wir kennen von ein zimmer villa und prinzip nicht so umsonst das best of zehn jahre prinzip das ganze in diesem pappschuber in dieser papphülle pappbox dann das kleine schmuck kästchen diese kleine schatulle mit der hals kette und der prinzip die münze und dann noch dieses umfangreiche buch nicht so umsonst in leinen gebunden mit den ganzen infos dazu das alles in dieser wunderbaren box nichts umsonst von prinzip mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise der box und wenn ihr die musik feiert falls ihr prinzip unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt auf euch auf